hallo meine lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren folge tageslicht wo tageslicht bei mir scheiße ja dann bist du ja anscheinend richtig nein hier geht's hoch verdammt wieder geht's hoch ja hier wo ich bin geht's hoch ja du kommst hier ich weiß nicht ob du da runterkommst ohne climbing axe ja wo sind wir denn hier der forest ist lustig ja spiel es auch jetzt gleich wieder oben oder ja ausgang warte herzog blätterwarte speichern du kommst aber die achsen weiter hier ja dann lass uns eine kleine oder meint zum eingang an einfach hier so eine fahne dran oder wie das heißt ja mein ich ja wir haben raus geschafft geplayt wo bist du da geht es gerade runter du schaffst das aber nicht ohne die achse doch ich will jetzt meine sachen wieder haben vor allem wir sind nicht weit weg von unserer banks ja wir sind vielleicht 200 meter von dem anderen eingang weg na dann plus minus ein klein wenig aber wenn wir hier auf der seite sind können wir eigentlich mal wildschwein jagen ich baue mal hier gerade so einen marker wo sind die denn die rennen hier auf der nordseite rum da vorne ist ein gegner wo ich hinguck was ist das steil hier sagen wir doch aber du hörst ja nicht zu echt du musst ja sterben ne ich schaff das hier sind die großen schildkröten die sind richtig eklig das ist die trofass das dauert runter geht es immer ja du kommst mit da hoch ja das ist ja egal ich werde das mal wenn wir so Sachen wieder haben ich will ja nur runter zu sein zeug hier ist einer bei mir ich habe ja schon den ganzen spaß alleine wo war da die climbing axe die habt ihr ja auch gefunden dann könnt ihr da unten an der kante also wenn ihr ganz unten bist wo die klippen anfangen im Prinzip sind da schon die toten schädel die leuchten an der decke und da sind ständig fällst du da sind überall noch weiter da steht ein generator das siehst du der leuchtet die wand an ja ok wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin das ist doch schön ideellisch die müssten hier irgendwo rum wenn die wildschweine nicht kommen wir brauchen wildschweine mhm auf der anderen Seite oh guck mal hier können wir ne Basis bauen du bist ja der scheiß Basisbauerlei man da hinten ist unsere Basis wir haben hier was hinter uns wo oh und ein Alligator und da und da mach ich schlau ah da der generator ja und da steckt die Axt in der Wand wie soll ich denn hier runter kommen ja mit der kleinen wie ex wuuhu da wir haben ja noch einen wo noch mal Ali wo ja der ist in der Wand au ja pass auf der macht mir sauer ja der hat mich einmal gekillt ok einer von euch kann sich da die ganze Rüstung tun oh oh ja so ja hier sind wir ja super ok da hab ich jetzt die Climbing Axt hier ist noch einer äh Madin bei dir ist eine Patrouille in der Nähe na oh die ist ja grad durch den Leicht gerannt ok wer hat noch keine Echsenhaut der kann sich da holen ich ok Anni hat sich geholt oh hier ist noch ein Stück Fleisch hallo du bist grad drauf getrampelt Kati geh ich mir auf den Sack Anni was denn ich rette uns das Leben ja damit trägst du ihn auf vielleicht will er ja sterben wo seid denn ihr jetzt da ist Madi hier geht doch mal rum und bau mir grad Kostum ja so du bist dran so ich muss hier eine Etage höher Lizards hat immer noch einen Alligator hier ne Gott nicht da ist ein X junger das markiert den Schatz Krokodile jagen im Rudel ja voll kommst du auch raus oder kommst du auch raus oder äh was machen wir gehen wir jetzt zurück zur Basis Hallo ja Wildschweine Wildschweine sind auf der anderen Seite vom See Madi ne wir sind auf der anderen Seite vom See von unserer Nein doch nein auf der anderen Seite von hier dem See noch mal Herzog lass uns mal eben kurz zur zweiten Basisstation da mal essen weißt du wie weit das weg ist weißt nicht weit weg lass mal zu unserer gehen ist doch hier direkt um Ecke ne da steht das Floß ne das ist nicht hier das ist das hier ist der See wir haben an der Küste geparkt achso ja ja wer wo sind wir denn jetzt ja wenn wir hier über den Fluss gehen oder über den See dann sind wir an unserer Base hallo echt ey dann können wir hier noch was bauen oh mein Gott du und deinen Bauen Adi ey also wenn du jetzt wirklich tatsächlich die Vegetation einschalten würdest da hinten ist einer Herzog da hinten ist einer Herzog äh Adi du hast mich noch nie Simcy die Bauen sehen ne hab ich echt nicht über 30cm Platz mehr ja nenn mich da Bob den Baumeister na dann hab ich meine Köfte um ich positive, es war immer alles Das ist ja jetzt eigentlich ganz cool, dass wir hier den See haben, ne? Ich werd hier was bauen. Ich hab'n Häschen. Ich hab'n Häschen. Ich hab'n Leichenplatz gefunden, oh Gott. Ertrinkt nicht. Hm? Ich versuch's. Pass mal auf, gleich schwung ich noch mal rein. Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Der ist echt kacke. Los, vermehrt euch! Ich hab' auch nichts zum Fackel machen oder so, ne? Wahrscheinlich nicht. Oh, nach hinten ist jemand. Den muss ich leider... Äh. Äh. Den kannst du mal hier auch noch hinbauen, oder? Den musst du leider... Hallo, Kona! Eine Wooden Bench baue ich hier hin, ganz klare Sache. Ja, das ist eine gute Idee mit der Bench. Dann weiß ich, in welche Richtung ich muss zumindest. So. Erstmal voll Power werden hier. Oh! Ja, du warst ja grad im Kino. Oh, welcher Film? Solo. Solo. Na ja, stimmt. Na, da geh ich am Samstag rein. Dann sind auch ein paar Sturmtruppen im Kino. Ne! Doch. Ich hab' meine Sachen wieder! Ne! Juhuuu! Juhuuu! Weißt du was? Das wäre jetzt voll witzig schwer, wenn ihr jetzt... Juhuuu! Das Problem ist, ich erfriere gleich fast. Warte mal. Nix kann er, der Poop. Ah, schön dekoriert. Ja. Genau genug Stöckchen da. Perfekt! Kann er mal mehr Speed kriegen, der Arsch? So. Baaah! Ah ne, das nicht. Ja, wie viel wär' das? So. 19. Sogar noch. Ey, guck mal hier! Wir bauen schon den See. Ja, ich will ne kleine Brücke da drüber bauen. Da kann man auch mit nem Karren da hinfahren. So. So. Hier, Climbing-Ex. Ah, stimmt. Ich bin so ne Bärten-Teil geworden. Grüß Gott! Wenn ich schon sage. So, ich speicher mal eben zwischen... Man muss ja nur Wege drückt halten für die Climbing-Ex, oder? Einmal E drücken, dann klettern, und wenn du wieder aufhören willst zu klettern, nochmal E drücken. Ah. Sieht, da hat sich ja auch so richtig rentiert. Nein. Climbing-Ex. Kettensäge. Ja, aber nicht das Karzana, das sie schaffen wollen. Meckermannisch. Doch! Hört sich doch nicht krank an. Alter, die Höhle ist ja noch viel größer. Ja. Ja. Ja, wir hätten noch viel länger lassen bleiben. Ja. Ich hab grad noch nen neuen Gang entdeckt. Ja, haben wir auch. Wir wollten nicht mehr lang. Hier, lass mal hier alles auffüllen, wenn ihr was gesammelt habt. Höhle. 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 Ich brauch mal den Magen, Leute. Höhle. So, mal gucken. Ich geh meine Hütte gleich. Ich geh meine Hütte aus ganzem Essen. Achja, ich hab ja noch Zeug zum Aufhänger. Tja. Kann mein Gestein die nicht mehr los haben. So, Raw Meat. Nice. Ich geh nach oben. Kommt ihr auch nach oben? Hier ist wenigstens Wetterfest. Komm, wir machen's. Wir machen so ein romantisches Lagerfeuer. Komm. Mach mal. Hier schreit jemand in der Höhle. Ich schrei noch viel mehr. Oh, da schreit jemand in der Höhle. Was ist mit den Skull-Dingern? Wer brauchte die nochmal? Skulls? Erzucht. Ist doch der Verrückte. Ja, aber so viele brauchen jetzt auch wieder. Auch Köpfe. Keine Skulls. Ich brauch richtige Schäden. Ohne. Ohne. Am Stück. Nicht geschehen. Noch frisch. Nur püriert. Nein, frisch vom Körper geschnitten. Nur dann ist gut. Welcher Film ist gut oder schlecht? Was? Ich will nicht weiter runter, ich will hoch. Solo. Ist gut oder schlecht? Die sagen alle, er wäre gut. Das anders wäre auch enttäuschend. Ja. Ich bin froh. Wird noch einen Chewbacca-Film geben? I don't know. Ich glaub ein Kenobi-Film ist so halb bestätigt. Es werden noch viel mehr kommen. Ja, klar. Wir betreiben auch. Wobei die meisten, wo Star Wars geschaut haben, nicht die Evox-Film haben. Obwohl die eigentlich auch dazu gehören. Ja. Evox-Film. Du stehst fünf Meter weg vom Feuer und dir ist es kalt. Es ist mir ist nicht kalt. Da eben. Wir waren am Ende des Hauses. Ja. Nein. Er hat's raus geschafft. Ich bin noch nicht. Nein. Ach, er ist doch gar nicht draußen. Ach. Nam 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 nam. So. Ich geh jetzt nach oben und mach... Wer hat die Kettensäge an hier? Die Hetzel. Ja, morgen kommt die neue DSGVO. Juhu. Ich freu mich so. Ja, das merkt man, weil man heute ohne Spaß einfach 50 E-Mails bekommen hat, dass man die Newsletter wieder bestätigen soll, bitte. Kombin. Ja, haben wir, ne? Also wirklich von jeder Firma hab ich heute ne E-Mail. Nein, ich schick dir... Ich schick dir mal kurz was für WhatsApp geplayt. Juhu. Ich kann's mal weiter verteilen. Mal gucken, wie viele... Was ist denn Water Skin? Äh, Wasserbeutel. Was hast du dir schon gehört? Der Wasserbeutel. Ah. Ach, du darfst du mal billiger. Gut, ne? Danke dir. Du Arsch. Hast du mein Handy zerkratzt? Ja, tut mir leid. Kann passieren, mein Fall des Gefechtes. Ich glaub, ich hab's vielleicht rausgeschafft, oder? Ist grad dunkel draußen? Ja. Nein. Ist grad dunkel draußen. Stark hell. Nö. Ich hab einen neuen Eingang gefunden. Da waren wir bestimmt schon. Ne, hier ist keine Flagge. Also Ausgang, meine ich. Aber ich bin oben. Wo sind nochmal... Wo ist nochmal... What the fuck, wie bist du da hinten hingekommen? Die Flagge? Äh, zweitletzter Reihe der Beibau. Kombin. Ich hab's grad nicht verstanden. Zweitletzter Leiter beim Bauen. Nee. Oder drittletzter. Nein, zweitletzter Leiter. Wenn du auch das Bauen... Ja, Ficknacka, Utility, Utility. So, falls ich unsere Häschen wieder vom Meer... Ne, wir haben jetzt den drittletzten Käfig. Wir sind ganz schön ab Häschen aus, wa? Ja. Wir haben da noch die Ramme. Er macht hier eine Kanibelsucht raus. Jo, Kona, dir eine gute Nacht. Ich muss nicht damit getötet werden. Und das war's auch mit dieser Folge. Ja, können wir hinterher. Wenn jetzt da ein Kanibels rauskommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.